Mein Name ist Adrian und in diesem Video geht es um die Frage, ob du für eine gute Bildqualität bei Videokonferenzen und Livestreams eher zu einem Camcorder oder eher zu einer spiegellosen Systemkamera greifen solltest. Der Grundaufbau ist dabei immer gleich. Wir bekommen von diesen Kameras ein deutlich besseres Bildsignal, als wir das von einer Webcam erwarten können. Das Bildsignal wird dann direkt per HDMI ausgegeben und geht dann in eine sogenannte Capture Card. Entweder hier so eine kleine Capture Card wie dem Elgato Cam Link, wo wir einfach einen HDMI-Eingang haben und einen USB-Ausgang oder entsprechend hier so einen etwas größeren Videomischer wie dem ATEM Mini oder dem ATEM Mini Pro, wo wir vier Eingangssignale haben, also vier unterschiedliche Kameras hier entsprechend anschließen können und dann ein USB-Ausgangssignal genauso hier wie bei dem Elgato Cam Link und dann können wir eben dieses Signal an unsere Videoconferencing-Software geben oder auch an unsere Livestreaming-Software und diese erkennt dann das Signal quasi als Webcam-Signal und kann das dann entsprechend weiterverarbeiten. Grundsätzlich ist es wie gesagt ein gleicher Aufbau und da stellt sich doch die Frage, wo sind jetzt die Vor- und Nachteile vom Camcorder bzw. von der spiegellosen Systemkamera? Aus meiner Perspektive gibt es natürlich auch noch weitere Möglichkeiten, hier andere Kameras mit ins Rennen zu bringen, aber diese zwei Lager möchte ich jetzt mal hier gegenüberstellen, weil ich glaube, dass so die meisten Leute in diesen beiden Kategorien entsprechend unterwegs sein würden. Schauen wir uns mal den Camcorder an. Was haben wir hier für Vorteile? Ein Camcorder ist erstmal grundsätzlich eben mit Video First sozusagen gebaut worden, während bei den spiegellosen Systemkameras das nicht unbedingt der Fall ist und das bringt ein paar Vorteile mit sich. Zum einen haben wir bei Camcordern meistens im Lieferumfang entsprechend ein Netzteil mit dabei, wo wir eben entsprechend für kontinuierliche Stromversorgung sorgen können. Das heißt, wir brauchen nicht unbedingt den Akku, der hier mit dran ist, sondern wir können es direkt mit Netzteil an die Steckdose anstecken und das ist für Livestreaming und Videokonferenzen extrem spannend, da wir hier dann einen festen Aufbau haben und eben uns nicht um diese ganze Akkuthematik kümmern müssen. Der weitere Punkt ist, wir haben hier bei den Camcordern immer auch die Möglichkeit, kontinuierlich mit aufzuzeichnen. Das heißt, wir haben hier einfach SD-Karten, hier bei der sogar zwei SD-Karten, wenn die eine voll ist, schreibt es einfach auf die nächste. Das heißt, wir können hier diese Kameraperspektive einfach mit internen Karten dauerhaft aufzeichnen. Das geht zwar mit manchen Kameras hier im spiegellosen Systemkamerabereich auch, aber es ist wirklich ein Vorteil von den Camcordern, dass hier eigentlich alle Camcorder über viele, viele Stunden aufzeichnen können, wenn die Speicherkarte groß genug ist, um dann eine entsprechende Aufzeichnung von dieser Kameraperspektive auch zu haben. Der nächste Punkt ist, wenn ich hier das Ganze mit einem Netzteil betreibe, intern aufzeichne und so weiter, dann entsteht natürlich auch Hitze, Wärme. Und diese, da die Kamera eben Video-First entwickelt worden ist, macht der Kamera nichts zu schaffen. Das heißt, wir haben hier entsprechende Lüftungssysteme, die dann dafür sorgen und vielleicht auch eine entsprechende Größe von der Kamera, die dafür sorgen, dass die Kamera nicht überhitzt. Und natürlich haben wir jetzt hier auch noch die Möglichkeit, weil wir eine festverbaute Optik haben, dass wir Zoom-Fahrten machen können. Das hat jetzt nichts mit der Video-Conferencing-Software zu tun, sondern, dass wir eben mit diesem Objektiv hier drin ganz butterweich reinzoomen und rauszoomen können, einfach mit diesem Taster hier. Oder hier haben wir so eine Wippe. Und so haben wir natürlich die Möglichkeit, wenn wir eine bemannte Kamera haben, eine Person im Hintergrund, dann können wir hier reinzoomen und rauszoomen. Und wir haben natürlich auch bei manchen Kameras direkt eine Fernbedienung mitgeliefert. Und diese können wir natürlich auch nutzen, wenn wir vor der Kamera sitzen, dass wir da so ein bisschen reinzoomen und rauszoomen. Also dementsprechend hier bei den Camcordern, das sind so die Hauptvorteile, die ich sehe. Und noch ein Vorteil, wir haben hier bei manchen Camcordern auch die Möglichkeit, eine sogenannte XLR-Audio-Schnittstelle zu haben. Das heißt, es gibt bestimmte Mikrofone, die werden über XLR-Schnittstelle angebunden. Und es gibt Camcorder, die haben dann einfach so einen kleinen Aufbau hier. Und da haben wir dann eben auch entsprechend diese XLR-Schnittstellen. Und damit können wir andere Mikrofone nutzen, als das in der Regel bei spiegellosen Systemkameras der Fall ist. Jetzt kannst du natürlich sagen, stopp, 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 einige Vorteile haben auch manche spiegellose Systemkameras. Ja, das ist der Fall, aber grundsätzlich gehören diese Vorteile zu dieser Kategorie hier. Und man kann dann immer schauen, ob man das ideale Mischkamerasystem findet, wo die meisten Vorteile dann zusammenkommen. Aber da kann ich eben jetzt kein allgemeines Video zu machen. Aber das sind so die allgemeinen Vorteile von denen hier. Und wer sich jetzt für so einen Camcorder interessiert, ich habe gerne ein paar Links in der Videobeschreibung. Und wenn du über die Links einkaufst, dann unterstützt du natürlich kostenlos hier diesen YouTube-Kanal, da wir von dem Anbieter eine kleine Provision bekommen. Aber schauen wir uns jetzt mal die spiegellosen Systemkameras an. Hier haben wir jetzt erstmal so ein bisschen die Nachteile, die ich natürlich hier als Vorteile benannt habe. Aber wir haben natürlich auch weitere Vorteile. Zum Beispiel haben wir hier einen relativ großen Sensor. Bei größeren Camcordern haben wir einen 1-Zoll-großen Sensor. Bei kleineren spiegellosen Systemkameras haben wir einen APS-C-Sensor zum Beispiel. Das ist ein deutlich größerer Sensor. Und dementsprechend haben wir natürlich auch die Möglichkeit, dass hier mehr Licht einfällt. Und wir haben natürlich auch hier die Möglichkeit, die Gegenstände und Personen vor der Kamera besser freizustellen. Das ist so dieser Kino-Look, den du vielleicht kennst, wenn es im Hintergrund total unscharf ist. Das kommt auch durch den größeren Sensor oder wird zumindest davon unterstützt. Und das kriegt man mit dem Camcorder auch nicht so gut hin, wie mit so einer spiegellosen Systemkamera. Und dementsprechend haben wir hier natürlich auch den Punkt, und damit können wir das wieder unterstützen, dass der Hintergrund unscharf wird. Wir können hier unterschiedliche Objektive verwenden. Genau, man kann es einfach abnehmen, Systemkamera, und dann entsprechend ein Objektiv auch einfach draufschrauben. Das kann zwar schnell teuer werden, hat aber natürlich auch ganz viele Vorteile. Denn wir können jetzt hier zum Beispiel ein Objektiv nehmen mit einer 1,4er Offenblende. Das heißt, da fällt sehr, sehr viel Licht ein. Wir können schön das Ganze unscharf machen. Wir brauchen nicht so viel Licht, um eine gute Belichtung hinzubekommen. Aber natürlich kann es auch teuer werden. Also so ein Objektiv kann schnell genauso viel kosten wie ein Camcorder. Und man hat zwar diese Flexibilität, aber vielleicht braucht man dann vielleicht auch mehrere Objektive, um für unterschiedliche Situationen entsprechend gerüstet zu sein. Während man hier mit einem Objektiv halt sehr flexibel ist, wenn es auch nicht ganz so cinematisch aussieht. Ein weiterer Vorteil von diesen Systemkameras ist aber noch, dass wir sie natürlich ganz flexibel auch einsetzen können. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel in einem Unternehmen sind und sagen, okay, wir brauchen eine Kamera für das Thema Livestreaming und Videoconferencing, aber damit sollen wir zum Beispiel auch für Social Media Fotos machen, dann ist natürlich so eine Systemkamera hier deutlich besser geeignet, weil wir eben damit auch eine sehr gute Fotokamera haben. Des Weiteren haben wir hier auch noch die Möglichkeit, einen relativ kleinen Formfaktor zu nutzen. Natürlich, das ist so der kleinste Camcorder, den ich noch empfehlen würde für diese Thematik. Das ist natürlich ein mega kleiner Formfaktor. Aber in der Regel haben wir eben hier eher so einen Formfaktor bei so Camcordern und hier sind wir natürlich deutlich kleiner unterwegs. Und das ist ein Riesenvorteil, wenn ich das zum Beispiel bei mir am Tisch verbauen möchte oder so, dann ist es auf jeden Fall sinnig, hier so eine Kamera zu nutzen. Aber wie gesagt, das waren jetzt so die Vorteile von den Systemkameras. Das sind natürlich gleichermaßen die Nachteile hier von den Kameras. Aber bei den Systemkameras muss man wirklich darauf achten, dass man welche hat, die dieses Livestreaming-Thema überhaupt gut unterstützen und die eben auch entsprechend mit vielleicht Akkudummy hier unten eine kontinuierliche Stromversorgung sicherstellen können, weil es macht keinen Spaß beim Livestreaming oder Videoconferencing. Ich muss mal kurz den Akku wechseln, Stopp machen. Das ist komplett unprofessionell. So viel vielleicht erstmal vorneweg. Ich muss sagen, die meisten meiner Kunden nutzen Camcorder, weil sie aus meiner Perspektive zwar nicht ganz so flexibel sind. Das kann man gar nicht so sagen. Also hier haben wir vielleicht die Flexibilität durch die Objektive. Hier haben wir aber die Flexibilität, dass die ganze Kamera eben auf der Videobasis aufgebaut ist. Und ich sage immer, klar, man kriegt hier vielleicht ein bisschen bessere Bildqualität hin. Aber das ist vielleicht was, was in der Videokonferenz oder in einem Livestream jetzt nicht unbedingt der entscheidende Faktor ist. Denn hiermit bekommt man schon eine deutlich bessere Bildqualität, als es die meisten erwarten würden, wenn sie eben in so eine Videoconferenz oder in so einen Livestream zuschalten. So, jetzt nochmal allgemeine Punkte. Vier allgemeine Punkte, auf die ich grundsätzlich achten würde, unabhängig davon, ob ich die Kamera wähle oder ob ich das System hier wähle. Ich würde sagen, der wichtigste Faktor ist, dass du bei deiner Kamera prüfst, dass du einen sogenannten Clean HDMI Out hast. Das bedeutet, dass du das Bildsignal über einen HDMI-Ausgang an der Kamera abgreifen kannst, ohne dass diese ganzen Einstellungen auf diesem HDMI-Signal drauf sind. Das heißt, ohne, dass du Display-Overlays hast im Sinne von, der Akku ist bald leer, so lange hast du Aufzeichnung noch und so lange oder so ist jetzt gerade der Autofokus eingestellt. Diese ganzen Dinge, die du hier auf dem Display angezeigt bekommst, die musst du ausschalten können, damit du eben einen Clean-Feed, so nennt man das auch, für die Videokonferenz hast. Das ist ein entscheidender Punkt bei jeder Kamera und da gibt es Camcorder, die das nicht haben und es gibt spiegellose Systemkameras, die es nicht haben. Dann ist es ganz wichtig, dass du auf gute Farben achtest, denn wir sind natürlich jetzt in so einem Setup dann, sind darauf angewiesen, dass das Bild genau so, wie es in der Kamera entsteht, auch entsprechend in den Livestream oder in die Videokonferenz geht und dementsprechend haben wir hier nicht mehr wirklich die Möglichkeit, das ganze Thema nachzubereiten. Natürlich, da gibt es Optionen, aber das ist sehr aufwendig und dementsprechend würde ich bei der Kamerawahl darauf achten, dass wir von Hause aus sozusagen ein gutes Bild bekommen und da nicht quasi eine Kamera haben, wo wir sagen, okay, da kann man viel tun in der Nachbearbeitung, aber das direkte Bildsignal aus der Kamera ist da entsprechend entscheidend. Zudem kann es sein, dass du eben dich vielleicht vor der Kamera bewegen möchtest und dann brauchst du natürlich ein Autofokus-System, was zuverlässig funktioniert. Das heißt, du kannst nicht einmal fest den manuellen Fokus einstellen, sondern du brauchst ein Autofokus-System, was dich die ganze Zeit gut begleitet und dementsprechend packe ich dir gerne auch entsprechende Kameraempfehlungen unten in die Videobeschreibung. Und dann als letzter Punkt, was auf jeden Fall zu bedenken ist, gegebenenfalls solltest du auf einen Audio-Eingang achten. Das würde ich ehrlich gesagt empfehlen. Es gibt auch Kameras, die haben das nicht, wie hier zum Beispiel dieser kleine Camcorder und das ist auch okay, vielleicht auch als zweite oder dritte Kameraperspektive hier an so einem ATEM Mini Pro, aber eine Kamera mit Mikrofoneingang ist meiner Meinung nach ein gutes Setup, denn da kann ich dann das Mikrofon direkt anschließen und dann in der Kamera schon das Bildsignal mit dem Tonsignal vereinen und so sorge ich dafür, dass ich eben dann auch keine, ja, nicht die Situation habe, dass vielleicht Bild und Ton nicht synchron ist, sondern wir haben es direkt in der Kamera synchron und wenn ich in der Kamera aufzeichnen möchte, dann kann ich das auch tun, abseits jetzt davon, dass ich irgendwo noch ein Mikrofon habe, was ich noch mit aufzeichnen muss. Also dementsprechend, tu dir vielleicht den Gefallen, wenn es das Budget zulässt, eine Kamera zu kaufen, die auch einen Mikrofoneingang hat und dann gegebenenfalls einen Camcorder, der auch XLR-Eingänge hat, also diese besonderen Mikrofoneingänge sozusagen oder eben entsprechend einfach einen Mini-Klinken-Mikrofoneingang, damit kann man auch schon erstmal sehr viel machen. Das jetzt erstmal so als Überblick zu dieser Thematik. Ich weiß, es ist eine sehr komplexe Thematik, es gibt X Kameras in jeder Kategorie, es gibt alles in jeglichen Farben und Formen, aber der Punkt ist letzten Endes, dass das so die Hauptaugenmerke sind, wo ich sagen würde, leg so deinen Fokus drauf, willst du mit der Kamera wirklich cinematisch arbeiten, willst du mit der auch noch Fotos machen können, brauchst du diese Flexibilität von unterschiedlichen Objektiven, dann eher hier und ansonsten vielleicht eher zum Camcorder, weil du es dir damit ein bisschen leichter machst in Bezug auf die ganzen Video-Features. Das war es jetzt hier mit diesem Video, ich konnte dir hoffentlich damit ein bisschen weiterhelfen, wenn ja, lass gerne eine positive Bewertung da, wenn du noch Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ciao! Bis dahin, ciao!